Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Survival Games Badwars, ich verkack alles, Badwars mit Tobi und Flori Flori, du brauchst mich immer in meiner Begrüßung reizt Doch, das finde ich lustig, das habe ich mir bei Badwars mir so angewohnt Ja genau, weil der sagt immer seinen Namen einfach da rein, ich vergesse deinen Namen schon nicht Ja, du sagst oder mit Flo, aber glaub mir echt, ich vergesse deinen Namen nicht What the fuck Ich wurde gekickt Fuck Leute, ich muss mal kurz unseren Channel wiederfinden hier Boah, ich bin zu behindert, um ihn wiederzufinden Ja, weil wir sind gerade auf dem öffentlichen TS Weil Tobi Tobi gerade sein TS abkackt bei mir immer Ich finde den Scheiß Warum wurde ich überhaupt gekickt vom Channel Ich finde unseren Scheiß Channel nicht mehr Wir haben den total umbenannt, aber ich finde den einfach nicht mehr Der heißt irgendwie, Kopfhörderp, dass S steht für Skill oder so Das muss eigentlich so ein richtig langer Name sein, aber ich finde ihn nicht Was ist das denn? Ich bin echt behindert, wieso finde ich diesen Scheiß Channel nicht? Ihr wollt mich verarschen Das ist echt nicht mehr witzig Wo ist dieser Channel? Warte, ich frage mal eben, ob die Könnt ihr eben einen neuen erstellen Find den nicht mehr Oh, okay, sie haben einen neuen erstellt Ganz unten Da ist er Passwort eingeben Oh, Leute Hallo Hä, ich wurde auf einmal gekickt Achso Ja, ja, sicher Äh, nee Hä? Äh, hä? Nee, die wurde gerade geschossen Aber meine Tonschule läuft die ganze Zeit durch Das heißt, die haben einen schönen Blackstil gehabt Den ich wahrscheinlich irgendwie aufgewählt habe So, da sind wir wieder Ja, wir wurden alle mal so vom TS gekickt und so Und dann, ähm Aber ihr habt das ja alles gehört Ihr habt das ja alles gehört Nur ohne Bild Weil Genau dafür fügt Torben wahrscheinlich seine hiszliche Fratze ein Ja, nein, ich hab doch ohne Facecam Achso, du hast ohne Facecam Alter, ey, bist du scheiße Aber, äh, ja, es ist viel zu spät Ich hab keine Softbox oder so Das Licht ist total scheiße Dann sehe ich so aus wie in den Horrorvideos Da war das ja gewollt So, haben wir's? Ähm, wie haben wir's? Wir sind übelst im Nachteil, weil wir noch nicht mehr stehen bleiben Ach, nee Drei weh, ne, ne, die Idioten Wie sieht, wie das ausgesehen, da muss ich stehen da einfach Chill, ja So ein Gapses Team auf einmal eingebaut Ich hab drei Eisen Äh, nee, wollen nicht, echt nicht Lass die da liegen, komm Oh, er hat ein böses Ding namens Bogen Ich will jetzt nicht Okay, lauf, lauf, lauf Ja, wahrscheinlich Joby, denn durch Ja, wir müssen ins Wagen, ich bleib erst mal stehen Der bist so behindert Dass dem du runtergeworfen wurdest Du bist wie in der Bicht Wir bräuchten auch einen Bogen, ne, aber den kriegen wir halt nur ich nicht Tobi, jetzt, jetzt wäre die Chance Okay, lauf Ja, ich nicht, ne Ich muss mir jetzt neueste Grip holen Alleine schaffe ich den doch eh nicht kaputt Tobi Boah, Leute, ich krieg Wir sind Team Rot Oh, beide tot, beide tot Nice Boah, ich Ich krieg immer, ich krieg Ja, ich komme Ich krieg immer Panik, wenn er getötet Alter Scheiße, blau hat auch einen Bogen Tobi Tobi Ja Flori Nein Tobi, bei dir, bei dir habe ich irgendwie ein Echo oder so Sag doch einer, dass die auf mich schießt Tobi Nö, wusste ich doch nicht Tobi Ja Bei dir habe ich irgendwie ein Echo Hast du deine Einstellung lauter gemacht? Ja, kannst du dich jetzt mal irgendwie auch in die Mitte Hast du deine Einstellung irgendwie lauter gemacht? Das ist hässlich Ich habe keine Ahnung, dann stell mich leiser Ja, okay, mach ich Ich muss mich mal kurz hier verstecken Deckt mich, deckt mich Ich kann gerade nicht, ich stelle den Tobi leiser Ja, ich deck dich Renn, renn, renn Ähm, Rotstecker anpassen Runterkurbeln Sprech mal Hallo Okay, so müsste passen So Okay So, Jungs, ich bin in der Mitte Ja, ich auch Ja, ich bin auch da Pass auf, da kommt einer von Gelb Ich brauche vier Gold Ich hoffe, ihr haltet dich Ich habe vier Ich bin zurück Nee Ach, Dong, da kommen die Geld Ja, ja, die sollen kommen Ja, Ben Du musst die zu zweit eben kurz halten Ähm, Floppa, du hast einen Bogen Starke Leistung Ja, ja, aber bei grün ist blauer Sehr schön, denn hast du gut erwischt Kacke Den hast du gut erwischt Mein Handy vibriert wie ein Stück Scheiße Ähm Oh, Scheiße Warte Ich renne jetzt zu grün Jetzt blau Equipment runter Äh, ich habe vier Gold Oh, dann komme ich eben zurück, Flo Pass auf, da kommt einer von Blau Flo, dreh dich um Nein, das kann ich dann Stark Okay, ich komme Äh, so hat man mir vorbeigerannt Da kommt noch einer Da kommt noch eine von Blau Der ist ja, guck mal nach Gelb Der ist nicht gekült Okay, aber kann trotzdem eine Gefahr sein Ich bin bei grün, ich bin bei grün Warum bist du bei grün? Weil hier Sachen rumliegen und bei grün keiner ist Das gut Und der kann sich dann oben kaufen Das heißt, du musst mich nicht denken im Moment Tschüss Wer beschießt mich denn hier? Ich kann das auch Ich hab da hingeschaut Ich kann das auch Ihr seid nicht die einzigen, die sowas können Ja, da kommt Blau Torben hast du da eine Wo? Ja Ja Wonach sehe ich denn aus Ich kann mir ein Schwert kaufen Sobald Torben hier ist Ja, ja Sobald Torben hier ist Goldschwert Level 2 Hab ich schon Ähm Gönn ich mir mal eine Kiste Ich hab alles Level 1 Ich nicht Ich hab alles auf dem besten Level Ich hab sieben Gold Ich könnte mir Pass auf, da kommt einer von Blau Ja Ja Könnte ich machen theoretisch Ey, wir müssen ein bisschen auch auf grün aufpassen Weil die gelben da verbinden Ja, schön, dass du mir sagt, dass sie hier kommen Äh, ist cool Oh, da ist kein Geld Vor allem leckt Der eine leckt bei mir total Von Ja, schön, dass ihr die Blöcke da abgebaut habt Ich hab keine Ich muss mir welche kaufen gehen Oh, da tut mir leid, warte, ich mach die wieder hin Oh, nee, nee, nee Wie, der Turm, nee Ja, dann komm her Ja, ich komme durch Alter, noch 2 Gold und ich kann mir den besten Bogen holen So, jetzt kannst du wieder abbauen Und ich schieße hier noch ein paar Ich Ist Ich bin tatsächlich den allerbesten Ja, ja Das ist noch eins Ja, hier, ich kann den geben Warte, ich will eben den YouTuber dafür Äh, Tobi bei Gelb ist dann Möchtest du den besten Bogen, oder Hä? Pass auf, Flo, Tobi Okay Ja, hab ich doch Muru LP ist online Achso Äh, Tobi, Muru LP ist online Oh, da kommt hier einer Oh, da hab ich auch gesehen Also es liegt hier auch noch ein Gold in der Mitte Äh, in der Kiste Ja, aber bei mir kommt keiner So langweilig das Leben Äh, soll ich für jeden mal Eisenspitzer Steinspitzer können mitgegeben Ja, kannst du, ich hab eh keine Ja Obwohl ich brauch auch noch eine Pass auf, Tobi, die rennen wieder Ja, ich Die rennen wieder alle hier runter zu grünen Also Wie kann ich dir nicht holen? Vielleicht kommt gleich einer zu Besuch Können den Oh, und ich brauch für mich Essen Jetzt kommt mal bei mir einer Auch ihr seid so süße Boys, dass ihr mir auch mal Äh, Tobi, wieviel Gold hast du gerade? Äh, sechs Oh, cool, kannst du mir ein Gold geben? Äh, geh mir mal an, ich hab's schon zweihalsenswert Ah, sehr gut, das wollte ich ihm gelegen Will soll ich uns zwei kaufen? Ja, ja, sehr praktisch Äh, Flo, komm Ja Möchtest du den besten Bogen, ja, ne? Oh, den hab ich nicht Oh, den hab ich euch als Schwert, Tobi, Günde, ich hab die beiden unter Kontrolle, die haben ja nichts Ja, komm, Tobi, geh Okay, Flo, gib mir mal die Spitzhäcke Achso, ja Achja, äh, Flo, muss ich mir jetzt noch selbst eine holen, oder? Äh, ne, ich hab eine Okay, Flo, tschüss Hast du ein bisschen Chessplake für mich? Nee Okay, dann hol ich mir die Äh, brauchst du sonst irgendwer noch was? Essen, Blöcke Nö, nö Rot hat Skills Glöcke, Torben? Nö, nö Ey, Torben, was machst du dabei? Gelb Äh, das Bett kaputt machen, wonach sieht's denn aus? Joa Du fragst dich auch Sachen, mein Lieber Oh, da steht er Ähm, dann baue ich einfach mal den Doktor ab und schlag ihn dann da unten durch Na, das hat nicht so Gut Äh, Tobi, ich hab den Eisenschwert, ne, das geb ich dann, Flo Äh, nee, nee, das krieg ich ja dann danach Aber wir haben blau erst die Mitte Tobi, das krieg ich ja dann danach, aber ich mach eben das Team hier Ja, ja, nen blauer meinte ja auch, wie am Skill Der hat's richtig gesehen Hier, äh, der Mik-Troll-LP Was für ein Troll-LP? Mik- oder Meck-Troll-LP Lp, MC-Troll-LP Oh, ich bin gut ausgerüstet Ach man, die nerven nur Ach man, die nerven, jetzt... Flo, wirfst du da schon mal die Spitzhacke hin? Jetzt hör doch mal um, mit einem Null-Equip hier hochzukommen und versuchen mich runterzuschlagen Solche Leute, ne, das würden wir auch machen, aber die hasse ich Gedeckt mich? Ich will eben den guten Equip-Troll tröten Äh, ja, geht grad nicht Ah, jetzt Alter, jetzt kommen sie zu zweit Weißt du was? Boah, ich hab die Buttergaben Jetzt kommt einer mit der Spitzhacke und will mich hier runterbauen Oh, ich hab schon wieder 10 Gold, ich könnte mir meinen... Ist, ist, ist stark Ich könnte mir meinen Dings... Ach man, der bohrt seine Blöcke ab Tobi, äh, hast du Blöcke für mich? Nö, ich hab dir doch gesagt, ich hätte dir welche mitbringen können Ja, wäre jetzt, äh, ne coole Sache Aber man kann ja auch nichts alles haben Warum mich aber in der Schmühle? Dann muss ich mal kurz improvisieren und gönn mir einfach welche von deren Blockade hier Ich hab noch vier, vier, äh, besten Bogengold Blau, in die Mitte kommt einer So Und blau Ui Der macht schon gefährliche Sachen Das darf man ihm wohl sagen Oh, der macht echt gefährliche Sachen, der Junge Respekt an ihn Also er bohrt die Blöcke unter meinem Rücken, äh, unter meinen Füßen ab Aber jetzt gleich mach ich etwas, womit die überhaupt nicht gerechnet haben So, ich hab mal eben zu ihm blau vernichtet, ne Nice Leistung, aber Ganz alleine, einfach so Ja, ich helf dem Torben da Ne, jetzt bin ich ja da Ich weiß, aber ich helf dir mit dem Hogen die ganze Zeit Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck Die haben alle noch Schwerter in der Kiste Oh nein, ich bin Ich Tja, Torben, das geschieht dir recht Ich weiß ja nicht warum, aber das geschieht dir recht Ich hatte das scheiß Eisenschwert nicht, deswegen Alter, Flo, ja Da war ne Lücke, Torben Hey, ja, da bin ich doch drüber gesprungen, Flo, der, ihr habt doch gesagt, der baut die Blöcke ab Alter, was seid ihr beiden für Loops? Wie für Loops? Tobi, stopp, bleib stehen, gib mir das Eisenschwert, ich helf dir Ja, dann komm her Ja, ich hatte nur so'n scheiß Level 1er Goldschwert, damit kannst du nicht viel reißen Äh, ich spring vor Nein, ich mach die jetzt mit dir eben kaputt Ja, ich komm aus, ich schneide Ohne alles, aber Komm, Tobi, spring da drüber Ich spring vor und tau den runter Aber ne, du hast den Bogen, ne, Tobi So, ich geh oben lang hier und unten auf Ich bau direkt aufs Bett, ihr tutet die Anführung Baut die einfach so ein Ja, warte, zuerst müssen wir die einmal schnell sehen Boah, Tobi, deine Audioqualität geht echt down Gerade Äh, wo ist denn, weiß ich nicht Flo, kannst du dich mal kurz einbauen? Ich hab keine Blöcke Achso, dann kauf dir eben welche Ja, ich kauf mir eben welche Ich geh einfach hier im Kreis um die rum Hallo, inwiefern down? Äh, ne, jetzt ist sie wieder, äh, normal Nein, das ist... Wir haben gewonnen Ja Schwache Leiste Ich dachte, das dauert dir so ein bisschen Egal, Leute, ich hoffe, ihr habt ne positive Rettung, äh, über Neuer Rekord Und dann sag ich... Moment, hab ich einen neuen Rekord? Ja, 12.08.30 Okay, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, haut da rein Und ciao Also, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder... ...